Was folgte, war ein wahrer Aufstand. Der Mob prügelte sich kreischend um den Tee. Bei jedem Schlag, egal ob er sein Ziel traf oder nicht, wurden mehr Leute in den Kampf verwickelt und die Prügelei breitete sich aus. Eiligst brachten die Kaufleute ihre Waren in Sicherheit. Etliche schlugen sich, andere flohen und viele ließen das ein oder andere von den Verkaufstischen mitgehen. Und wir standen mittendrin. Tom wie ich erschrocken zurück und mir blieb nur ein Augenblick, um entsetzt die Augen aufzureißen. Dann spürte ich, wie der Handkarren durchgerüttelt wurde. Ich drehte mich um. Eine Frau hatte einen Sack Mehl heruntergezerrt. Hey! Ich wollte sie festhalten, aber sie duckte sich und stieß gegen meinen Karren. Ein Korb mit Eiern geriet ins Rutschen und kippte um. Zwei fielen heraus und zerbrachen auf dem Pflasterstein zu einem gelben Matsch. Ich packte den Rest meiner kostbaren Eier, war aber zu ungestüm und zerbrach ein drittes. Der Dotter spritzte auf meinen Ärmel. Tom, Hilfe! Tom wirbelte herum. Er warf seine Arme um unsere Vorräte und schirmte sie vor der wütenden und gierigen Menge ab. Dann nickte er zu einer schmalen Gasse, die zwischen zwei geschlossenen Verkaufsständen hindurch führte. Da hin! Ich schob den Karren an und bemühte mich, nicht noch mehr Eier zu verlieren. Tom lief neben mir her und blickte sich hektisch nach irgendwelchen Angreifern um. Gerade als wir die Gasse erreicht hatten, blieb ein Rad in einem Spalt zwischen zwei Pflastersteinen stecken. Ein Sack, mein Hafer, rollte vom Karren. Unzählige Hände griffen danach. Tom sprang über den Karren, mitten hinein in die Möchtegern-Diebe. Er packte den Sack und zerrte ihn weg. Dabei riss der Jute-Stoff und gut ein Drittel des Hafers flog durch die Luft. Tom raffte den Sack zusammen und wich zurück, während die Leute die Haferkörner vom Boden aufklaubten. Ich wollte ihm helfen, aber ich konnte nicht. Wenn ich den Karren im Stich ließ, dann würden wir alles verlieren. Ich schob einfach weiter, bis ich unsere Vorräte in die schmale Gasse geschafft hatte. Endlich in Sicherheit. Dachte ich wenigstens. Ich brachte den Karren zum Stehen. Auf halbem Weg die Gasse hinunter beugten sich zwei Männer über eine kleine Gestalt, die am Boden lag. Es war ein Mädchen mit kastanienbraunen Locken in einem grünen Wollkleid. Einer der Männer trat ihr in die Rippen. Sie krümmte sich und versuchte sich zu schützen. Der Mann trat noch einmal zu. Sein Kumpan kauerte sich nieder, zog an ihrem Kleid und betatschte sie von oben bis unten. Mit gekrümmten Fingern krallte sie nach seinen Wangen und schrie nach Leibeskräften. Der Mann stieß ihre Hände beiseite und brachte sie dann mit einem Fausthieb zum Schweigen. Er drehte sie um und durchwühlte ihre Kleidung nach Geld. Sie hat nichts, sagte er. Der andere Mann, der stehen geblieben war, spuckte auf die Gestalt und trat noch einmal zu. Aus reiner Bosheit. Dann sah er mich. Er packte seinen Freund am Kragen, zog ihn hoch und plötzlich starrten beide zu mir hin. Zu mir und meinem Karren. Der Mann, der das Mädchen abgetastet hatte, zog ein Messer. Mein Herz machte einen Satz. Ich hatte zwar auch ein Messer, aber damit kämpfen konnte ich nicht. Ich werde alles verlieren, dachte ich verzweifelt. Dann spürte ich, wie jemand hinter mich trat. Die Männer hielten inne, zögerten einen Moment und dann drehten sie sich um und rannten weg. Tom legte mir die Hand auf die Schulter und wuchtete den Sack mit Hafer wieder auf den Karren. Sein Hemd war zerrissen, seine Wangen zerkratzt. Glücklicherweise hatten die Diebe mehr auf seine beeindruckende Größe als auf die Angst in seinen Augen geachtet. Am liebsten hätte ich ihn umarmt. Aber erst mussten wir überlegen, was wir tun sollten. Die Männer hatten ihr Opfer einfach liegen gelassen. Das Mädchen rührte sich und stöhnte. Tom und ich wechselten einen Blick. Für einen Bruchteil einer Sekunde überlegten wir wohl beide, ob wir weglaufen sollten. Dem Ausdruck in seinen Augen nach zu urteilen, schämte sich Tom für diesen Gedanken genauso wie ich. Aber wir mussten vorsichtig sein. Tom und ich schoben den Karren weiter und blieben sechs Schritte vor dem Mädchen entfernt stehen. Bevor wir näher gingen, begutachteten wir zuerst ihre Haut. Ich erkannte das Kleid und das lockige Haar. Es war das Mädchen, das uns gefolgt war. Alles in Ordnung? fragte ich. Sie versuchte sich hochzustemmen, aber ihre Beine wollten das Gewicht nicht tragen. Sie kroch zur Seite und lehnte sich gegen eine Hauswand. Die Locken fielen ihr über das Gesicht. Ich betrachtete ihren Nacken aus der Nähe. Keinerlei Schwellungen oder rote Flecken und zu schwitzen schien sie auch nicht. Sie atmete schwer und offensichtlich tat ihr der Bauch weh. Aber das war nach den dritten, die sie hatte einstecken müssen, auch kein Wunder. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie nicht an der Pest erkrankt war. Ich trat noch näher und ging neben ihr in die Hocke. Das Mädchen versuchte wieder sich hochzuziehen, gab es dann aber auf und sackte zu Boden. Dabei glitt ihr das Haar aus dem Gesicht. Ich hatte sie für sehr jung gehalten, weil sie so klein war, aber aus der Nähe betrachtet war sie älter als gedacht, vielleicht zwölf oder dreizehn. Sie hatte große grüne Augen und eine kecke Nase, die leicht nach oben zeigte und mit Sommersprossen besprenkelt war. Ich riss die Augen auf. Ich kannte sie. Ich kann sie. Ich kann sie. Ich kann sie.